ARD Text im Auftrag von Funk Ach, hallo! Wo willst du denn hin? Sorry. Kein Problem. Es wird wieder so früh dunkel. Na, wo willst du denn hin? Oh, sorry. Ich hab mit meinem Hund Muffin geredet. Den sieht man bei der Dunkelheit gar nicht. Oh Mann. Damit sich vor mir oder Muffin wirklich niemand mehr erschreckt, setz ich bei abendlichen Spaziergängen jetzt auf ein beleuchtetes Halsband. Und meine schicke Weste gibt's jetzt auch im Hundeformat.